So aber dein Bruder sündigt, gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. So er dich hört, gewinnst du deinen Bruder. So er dich aber nicht hört, nimm noch mit dir ein oder zwei, auf das jeder Fall auf dem Munde zweier oder dreier Zeugen bestehe. So er aber ihnen nicht gehorcht, sage es der herausgerufenen Gemeinde. So er aber auch der herausgerufenen Gemeinde nicht gehorcht, sei er dir ebenso wie der von den Nationen und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, so viel, als ihr auch binden solltet auf Erden, wird gebunden sein in dem Himmel, und so viel, als ihr auch lösen solltet auf Erden, wird gelöset sein in dem Himmel. Wiederum, wahrlich, sage ich euch, So zwei aus euch übereinstimmen auf Erden, in Betreff jeder Sache, um die sie sollten bitten, sie wird ihnen werden von meinem Vater in den Himmeln. Denn wo zwei oder drei sind versammelt in meinem Namen, dort bin ich in ihrer Mitte. Dann kam Petrus herzu und sagte zu ihm, Herr, wie oft soll mein Bruder an mir sündigen und ich es ihm erlassen? Bis siebenmal? Sagt Jesus zu ihm. Nicht so sage ich dir, bis siebenmal, sondern bis siebzig mal siebenmal. Deshalb war das Königreich der Himmel verglichen einem Menschen, einem Könige, der da abrechnen will mit seinen Sklaven. Da er aber anfing abzurechnen, war einer zu ihm gebracht, ein Schuldner von zehntausend Talenten. Da er aber nicht hatte zu bezahlen, befahl der Herr, ihn zu verhandeln und das Weib und die Kinder und alles, so viel, als er hat, und zu bezahlen. Jener Sklave nun fiel nieder, betete an vor ihm und sagte, Herr, habe Geduld mit mir und alles werde ich dir bezahlen. Es jammerte aber den Herrn des selbigen Sklaven und er ließ ihn los und erließ ihm das Darlehen. Da aber derselbige Sklave herauskam, fand er einen seiner Mitsklaven, der schuldete ihm hundert Denare und er fasste ihn, würgte ihn und sagte, Bezahle, wenn du etwas schuldest. Sein Mitsklave nun fiel nieder, sprach ihm zu und sagte, Habe Geduld mit mir und alles werde ich dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn in den Kerker, bis er die Schuld bezahle. Seine Mitsklaven nun, das Geschehene gewahrend, wurden überaus betrübt und kamen und klärten ihren Herrn all das Geschehene auf. Dann ihn herzurufend, sagte da sein Herr zu ihm, Böser Sklave, jene gesamte Schuld erlasse ich dir, weil du mir zusprichst. Musstest nicht auch du dich deines Mitsklaven erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmte? Und sein Herr, da er zürnt, überliefert ihn den Folterknechten, bis dass er die gesamte Schuld ihm bezahle. Also wird auch mein himmlischer Vater euch tun, so ihr nicht erlasset in jeglicher seinem Bruder von euren Herzen. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet, dass er aufbrach von Galiläa und kam in die Grenzen Judäas jenseits des Jordans. Und es folgten ihm viele Scharen, und da selbst ließ er sie genesen. Und es kamen zu ihm die Pharisäer, versuchten ihn und sagten, Ob es erlaubt ist, sein Weib zu entlassen, um jeder Ursache willen? Als Antwort aber sagte er, Laset ihr nicht, dass, der sie macht von Anfang, sie männlich und weiblich macht, und sagte, Diesetwegen wird der Mensch verlassen den Vater und die Mutter und haften an seinem Weibe, und es werden sein die zwei ein Fleisch. Sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammenjocht, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, Warum nun gebietet Moses, eine Scheidungsurkunde zu geben und sie zu entlassen? Sagt Jesus zu ihnen, Moses gestattet euch, eurer Hartherzigkeit wegen, eure Weiber zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht also geschehen. Es sagen die Jünger zu ihm, Wenn also die Sache des Menschen ist mit dem Weibe, frommt es nicht zu heiraten? Er aber sagt zu ihnen, Nicht alle machen diesem Worte Raum, sondern die, denen es ist gegeben. Denn es sind Verschnittene, die wurden vom Leibe der Mutter, also geboren. Und es sind Verschnittene, die verschnitten sind von den Menschen. Und es sind Verschnittene, die sich selbst verschneiden um des Königreichs willen der Himmel. Wer da kann dem Raum machen, der mache ihm Raum. Dann brachte man kleine Kinder zu ihm, auf dass er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber schalten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, Lasset die kleinen Kinder und verwehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Königreich der Himmel. Und er legte die Hände auf sie und ging weg von dort. Und siehe, einer, der zu ihm kommt, sagt, Lehrer, was soll ich Gutes tun, auf das ich äonisches Leben habe? Er aber sagte zu ihm, Was fragst du mich um das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber willst in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, Welche? Jesus aber sagte, Diese. Nicht morden sollst du, nicht Ehe brechen sollst du, nicht stehlen sollst du, nicht falsch zeugen sollst du, ehre den Vater und die Mutter und lieben sollst du deinen Nächsten wie dich selbst. Sagt der Jüngling zu ihm, Diese alle bewahre ich, was mangelt mir noch? Es entgegnete ihm Jesus. Wenn du willst vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe deinen Besitz und gib den Armen, und du wirst ein Schatz in den Himmeln haben. Und komm herzu und folge mir. Da aber der Jüngling dieses Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte erworbener Güter viele. Jesus aber sagte zu seinen Jüngern, Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird angewidert eingehen in das Königreich der Himmel. Wiederum aber sage ich euch, leichter ist es für ein Kamel, durch das Öhr einer Nadel einzugehen, als für einen Reichen einzugehen in das Königreich Gottes. Die Jünger aber, da sie es hörten, verwunderten sich gar sehr und sagten, Wer kann demnach gerettet werden? Aber sie anblickend, sagte Jesus zu ihnen, Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich. Dann sagte Petrus als Antwort zu ihnen, Siehe, wir verlassen alles und folgen dir, was wird demnach unser sein? Jesus aber sagte zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir folgt, in der Wiederwerdung, wenn der Sohn des Menschen sitzt auf dem Throne seiner Herrlichkeit, werdet auch ihr sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und jeder, der da verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Felder, meines Namens wegen, hundertfältig wird er es erhalten und äonisches Leben wird ihm zugelost werden. Viele Erste aber werden Letzte sein und Letzte die Ersten. Denn gleich ist das Königreich der Himmel für einen Menschen, einem Hausherrn, der ausging zugleich mit dem Morgen, Werker zu mieten in seinen Weinberg. Aber mit den Werkern vereinbarend einen Denar den Tag, schickte er sie in seinen Weinberg. Und da er ausging um die dritte Stunde, gewahrte er andere müßig am Markt stehen und zu denselbigen sagte er, Geht auch ihr hin in meinen Weinberg und was gerecht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum aber, da er ausging um die sechste und neunte Stunde, tat er in derselbigen Weise. Um die elfte Stunde aber, da er ausging, fand er andere stehen und sagte zu ihm, Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, Niemand mietet uns. Er sagt zu ihnen, Geht auch ihr hin in den Weinberg. Da es aber Abend wird, sagt der Herr des Weinbergs zu seinen Beamten, Rufe die Werker und bezahle ihnen den Lohn, beginnend bei den Letzten bis zu den Ersten. Und da die um die öfte Stunde Gemieteten kam, erhielten sie je einen Denar. Und da die Ersten kam, meinten sie, sie würden mehr erhalten und auch sie erhielten je einen Denar. Da sie ihn aber erhielten, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten, Diese, die Letzten, machen eine Stunde und du machst sie ebenso, wie wir sind, die wir die Bürde des Tages und den Glutwind getragen? Als Antwort aber sagte er zu einem von ihnen, Kamerad, dir tue ich nicht Unrecht, vereinbarst du nicht mit mir einen Denar? Nimm das Deine und geh hin. Wenn ich aber diesem Letzten geben wollte, wie auch dir, ist es mir nicht erlaubt zu tun, was ich will mit dem Meinen? Oder ist dein Auge böse, da ich gut bin? Also werden seien die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten. Diesen Menschen kann nur geholfen werden, wenn sie auf den geraden Weg finden. Doch dafür muss die Wahrheit wie gleißendes Licht in ihr Dasein strahlen. Denn nur dann können sie die Lüge erkennen, mit der sie im Labyrinth gefangen gehalten werden. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinnen getrennt sind. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de 10, E 7. 8. 12. 15. 13. 17.